Hallo, wir befinden uns heute auf der Sommerrundbahn in Kogelhof, in der Steiermark. Sie ist seit 2003 im Betrieb. Hat eine Länge von 1050 Meter, hat 8 Kurven und 7 Jumps. Und die Fahrt geht los, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometer. Und es geht los. Erste Serpentine. 35. 40 Stundenkilometer, jetzt. Und die zweite Serpentine. Wieder 40 Stundenkilometer, jetzt. Und die dritte. Und die nächste Kurve. Eine Spitzeabfahrt. Und die letzte Kurve. Und wir sind gleich in Zwill. Das war die Sommerrundbahn in Kogelhof, in der Steiermark. Und das war es für euch.